4. Dezember Auch am nächsten Tag weicht Jakob nicht von Lauras Seite. Erst begleitet er sie bis zu ihrem Klassenzimmer. Dann verbringt er auch die großen Pausen bei ihr auf dem Schulhof inmitten ihrer aufgeregt schnatternden Freundinnen. Jakob sieht, wie ihm Ronny deshalb belustigte Blicke zuwirft. Aber er tut so, als würde er sie gar nicht bemerken. Jakob ist froh, als sich der Schultag endlich dem Ende zuneigt. Doch kurz vor Schulschluss landet plötzlich ein kleingefalteter Zettel auf seinem Tisch. Jakob faltet ihn auf. Heute, Kinder, wird's was geben, steht in krakeliger Schrift darauf. Daneben ist ein Weihnachtsengel gemalt. Sofort schaut Jakob grimmig zu Ronny. Aber der schaut nicht auf. Er tut so, als räume er schwer beschäftigt seine Sachen in die Schultasche. Jakob hat genug. Er platzt beinahe vor Wut. Jetzt kann Ronny was erleben. Doch als die Schulglocke läutet, ist Ronny bereits aufgesprungen und aus dem Klassenzimmer gelaufen. Jakob muss noch seine Sachen zusammenpacken und kommt ihm nicht hinterher. Wutschnaubend läuft Jakob die Treppe hinunter zu Lauras Klassenraum. Doch er kann seine Schwester nirgendwo entdecken. Die ist schon weg, sagt ein Mädchen. Jakob wird es heiß und kalt. Wie kann das sein? Eilig nimmt er zwei Treppenstufen auf einmal und stürmt aus dem Gebäude. Er muss Laura unbedingt finden, bevor sie Ronny in die Hände fällt. Aber draußen auf dem Platz vor der Schule ist von Laura auch nichts zu sehen. Jakob beginnt zu rennen. Erst zum Marktplatz, dann in Richtung Bushaltestelle. Gerade als Jakob um die Ecke bieg, läuft ihm Frau Knuckel direkt vor die Füße. Nur im allerletzten Moment kann Jakob einen Zusammenstoß verhindern. Doch er stolpert und fällt schmerzhaft auf beide Knie. Frau Knuckel macht keine Anstalten, Jakob auf die Füße zu helfen. Himmel, sowas aber auch, ruft sie nur, während sich Jakob erschrocken aufrappelt. Mit schmerzenden Knien läuft Jakob weiter zur Bushaltestelle. Aus der Entfernung glaubt er, jemanden dort sitzen zu sehen. Ist es Laura? Ja! Jakob fällt ein riesengroßer Stein vom Herzen. Trotzdem schnauzt er seine Schwester Barsch an. Was machst du hier? Laura sieht überrascht auf. Ich fahre nach Hause, sagt sie unschuldig. In einer Stunde kommt doch schon der Reporter. Was denn für ein Reporter? fragt Jakob ärgerlich. Oh, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Der Reporter vom Rodenberger Tagblatt, erklärt Laura aufgekratzt. Heute wird doch der Engel in der Kirche aufgestellt. Deshalb gibt es morgen in der Zeitung einen Bericht. Da wollte er von mir ein Interview. Jakob ärgert sich. Über Laura. Und über sich selbst. Kaum zu Hause angekommen, springt Laura trellernd ins Badezimmer unter die Dusche. Kurz darauf fegt sie im Bademantel und mit einem Frottee-Handtuch um den Kopf in ihr Zimmer. Mama ist ein bisschen nervös. Hektisch räumt sie das aufgeräumte Wohnzimmer auf, verrückt ein ums andere Mal Stühle und fegt mit den Fingern Staub weg, wo keiner mehr ist. Endlich klingelt es. Vor der Tür steht der Reporter des Rodenberger Tagblatts. Ein Mann mit wildem Vollbart und einer speckigen Regenjacke. Guten Tag, Ulrich Unkenthal. Sie können mich aber auch Uli nennen, stellt er sich vor und drängt sogleich an Mama und Jakob vorbei ins Wohnzimmer. Stirnrunzen eilt Mama dem Reporter hinterher. Laura kommt gleich. Nehmen Sie doch bitte Platz. Darf ich Ihnen etwas anbieten, fragt sie und stellt eine Tasse Kaffee und eine Schüssel selbstgebackener Kokoskekse auf den Tisch. Uli Unkenthal greift sofort zu. Ah, köstlich, ruft er. Aber anstatt sich zu setzen, wandert er im Wohnzimmer auf und ab. Schöne Wohnung, gemütlich, sagt er und sieht sich ungeniert um. Sogar die gerahmten Familienfotos nimmt er in die Hand, um sie genauer zu betrachten. Zwischendurch greift er immer wieder beherzt in die Schale mit den Kokoskeksen. Jakob ist froh, als Laura endlich erscheint. Sie trägt einen Ringelpulli und auf ihren Lippen schimmert ein Hauch Lipgloss. Mama schaut sie deswegen missbilligend an. Laura reicht Uli schüchtern die Hand. Der Reporter zückt sein Notizbuch. Wie fühlst du dich denn gerade, fragt er. Gut, sagt Laura. Und bist du stolz, dieses Jahr der Weihnachtsengel von Rodenberg zu sein? Laura nickt. Sie zieht einen Zettel aus ihrer Tasche und beginnt vorzulesen. Es ist für mich eine große Ehre, den Weihnachtsengel in diesem Jahr spielen zu dürfen. Ich möchte mich für die Wahl sehr herzlich bei der Jury bedanken. Auch bei meinen Eltern möchte ich mich bedanken. Und auch bei meinem Bruder, weil sie immer an mich geglaubt haben. Uli Unkenthal macht keine Anstalten mitzuschreiben. Ah ja, gut, gut, unterbricht er Laura. Dann machen wir jetzt mal ein paar hübsche Fotos, ja? Laura lässt verwundert ihren Zettel sinken. Der Reporter fasst Laura an den Schultern und führt sie im Raum herum, auf der Suche nach dem besten Hintergrund für ein Foto. Da machen wir was richtig Tolles draus, verkündet er, während er Laura zum Bücherregal buxiert. Aus Mamas Gesicht ist das Lächeln verschwunden. Uli Unkenthal ist ihr offensichtlich unsympathisch. Nachdem er von Laura genug Fotos gemacht hat, setzt er sich endlich aufs Sofa, schlägt die Beine übereinander und mampft Kokoskekse. Ich muss gleich weiter, erzählt er. Noch ein paar Fotos vom Holzengel machen, wie der aufgestellt wird. Und dann in die Redaktion. Ist ein hektischer Job, ist ja immer was los, verstehen Sie? Mama nickt höflich, während Jakob missmutig zusieht, wie der Fotograf mit Krümeln im Vollbad auch noch den letzten Keks verzehrt. Endlich erhebt er sich schwerfällig vom Sofa und klopft Laura zum Abschied auf die Schulter. Mein Kind, morgen bist du auf Seite 1, sagt der Gönnerhaft. Jakobs Mama hat bereits die Tür geöffnet und ist im Begriff, den Reporter aus dem Haus zu schieben, als sein Telefon klingelt. Zwischen Tür und Angel bleibt Uli einfach stehen. Mit einer entschuldigenden Geste nimmt er das Gespräch an. Ja? Ja. Ja, nein. Absolute Routine, die Weihnachtsengelsache. Wie jedes Jahr, sagt Uli. Doch nachdem er eine Weile in den Hörer gelauscht hat, ruft er mit einem Mal entsetzt. Was? Das gibt's doch nicht. Der Engel? Was ist denn los, will Laura wissen, nachdem Uli sein Handy weggesteckt hat. Der Weihnachtsengel, sagt der Reporter nur und knirscht mit den Zähnen. Er ist verschwunden. Oh weia. Was glaubt ihr, wer hat den Weihnachtsengel wohl gestohlen? Untertitelung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020